Herzlich willkommen bei unserer neuen Veranstaltung Tauchhammer im Gespräch. Wir freuen uns, dass wir uns hier heute in der Probstei in Afflenz befinden. Den ganzen Tag haben wir einen Botschafterausfug gemacht in der Region, sind von verschiedenen Bürgermeistern empfangen worden, vom Landeshauptmann. Diese Stationen waren alle sehr spannend und interessant und ich hoffe, dass Ihnen hier diese Übertragung gefallen wird. I'm very proud to have the honorable duty to welcome you in our district, in the name of the country of Styria, in the name of our county governor, Magister Franz Wobes. Mr. Commissioner, Mrs. Tauchhammer, Mr. Parr, thank you very much for offering us the possibility, all the group of diplomats coming from Vienna, all our group offering the possibility to visit Eurasian. In fact, as diplomats, we are always interested to discover more and more customs and traditions of the country we are working and living in it. Thank you very much. Go, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank. Sie können überall herumgehen, in die Küche, in den Weinkeller. Es gibt zum Beispiel keine Weinkarte wie bei anderen Restaurants. Man muss selber in den Weinkeller gehen. Man schaut sich die Flaschen an. Spazieren Sie einfach überall herum. Man schaut sich die Flaschen an. 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 Wir sind froh, dass Sie hier in der Propstei in Aflans-Kurt haben. Markus ist unser Host. Ich bin sehr glücklich, dass Sie hier in Aflans so groß sind. Der heutige Tag in Kooperation mit Society stellt gerade für die Region Aflans eine ganz besondere Gelegenheit dar. Einmal hier in dieser Gegend so viel an Diplomatie und an Personen des öffentlichen Lebens zu bringen, ist eine Gelegenheit, die wir uns hier nicht entgehen lassen wollten. Mit dieser Unterstützung, dieser Kooperation haben wir ein wirklich tolles Programm gehabt, haben einen sehr tollen Tag geschaffen, sind jetzt gerade in der Propstei bei dieser wunderschönen Eröffnung von Herrn Penck-Auheim. Und ich freue mich, dass es zu einer so guten Kooperation kam und freue mich auf alles Weitere. Ich stelle hier heute einen Querschnitt meiner Bilder aus, die in den letzten Jahren entstanden sind. Es ist natürlich besonders interessant, wenn man eine Gruppe hat, die so multikulturell ist wie diese heute und die die Kunst mit sehr verschiedenen Augen auch sieht. Also für mich ist diese Ausstellung eine schöne Entdeckung. Was ich besonders mag bei dem Maler ist, dass er malt, also nicht experimentiert mit der Malerei, sondern malt und liebt Malen. Und malt mit einer Zuversicht, dass es lohnt, die Welt in den Bildern umzusetzen und Eindrücke zu interpretieren. Malen aus Liebe und Wille zum Malen. Ich bin eigentlich für uns mit meiner Frau, die erste Besuchung, die erste Besuchung, die erste Besuchung. Und wir haben wirklich Spaß gemacht von diesem Besuchung. Und es war was, was uns sehr beeindruckt, sehr viel, dass es eine schöne Natur. Eine schöne Natur und sehr hospitabelige Menschen. Und wir sind wirklich sehr froh, dass wir uns sehr diesmal vorsehen.